Jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Viel Spaß! Kommt ihr Kinder, wir müssen los, sonst verpassen wir den St. Martinszug. Ja, wir kommen! Mama, schau, da drüben ist meine Klasse, dort stelle ich mich dazu. Okay, mach das, Ella, wir treffen uns am Ende vom Zug bei Martinsfeuer. Okay, Mama, das habe ich verstanden, ich komme dorthin. Hurra, es geht los! Sankt Martin Ein Ritt mit leichtem Mut, sein Mantel deckt ihn warm und gut. Im Schnee saß, im Schnee, saß, im Schnee, da saß ein armer Mann. Hat Kleider, nicht Haar, Lumpen an. Oh, helf mir doch in meiner Not, sonst ist der bittere Frost mein Tod. Der hellige Zentimeter, das war ein Jodemann. Dann laufste Kinderkerze und stoßte selber an. Putz, putz, wieder putz, das war ein Jodemann. Hier wohnt ein reicher Mann, der uns vieles geben kann. Viel soll er geben, lange soll er leben. Selig soll er sterben, das Himmelreich erwerben. Lasst uns nicht so lange, lange stehen, denn wir müssen weitergehen, weitergehen. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne, dort unten da leuchten wir. Wie schön das klingt, wenn jeder singt. Abends, wenn es dunkel wird und die Fledermaus schon schwirrt, ziehen wir mit Laternen aus in den Garten. Super, alle sind da. Ja, kommt, wir gehen schnürzen. Oh ja, zuerst bei Tante Sabine, dann bei Tante Judith und zum Schluss bei Tante Caro. Yo, so machen wir es. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind. Sein Rost, das trug ihn fortgeschwind. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin ritt mit leichtem Mut. Sein Mantel deckt ihn warm und gut. Im Schnee saß, im Schnee saß, im Schnee saß, im Schnee da saß ein armer Mann. Hat leider nicht Haar, Lumpen an. Oh, helf mir doch in meiner Not, sonst ist der bittere Frost mein Tod. Das habt ihr toll gemacht. Ja, echt. Der Held, die Zentimeter, das war ein Jodemann. Er läuft in der Kerze und stoßt selber an. Butz, butz, wieder butz, das war ein Jodemann. Hier wohnt ein reicher Mann, der uns vieles geben kann. Viel soll er geben, lange soll er leben. Selig soll er sterben, das Himmel reicht erwerben. Lasst uns nicht so lange, lange stehen, denn wir müssen weitergehen, weitergehen. Bravo, das habt ihr so toll gemacht. Abends, wenn es dunkel wird und die Fledermaus schon schwirrt, ziehen wir mit Laternen raus in den Garten hinterm Haus. Super, das habt ihr klasse gemacht. Hallo zusammen, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind. Sein Rost, das trug ihn fortgeschwind. Sankt Martin ritt mit leichtem Mut. Sein Mantel deckt ihn warm und gut. Wie schön der Sankt-Martins-Zug war. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Dann gib uns einen Daumen nach oben. Und lasst uns ein Abo da. Klappe! House机 Metordatung Mio 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 Vielen Dank.